Guter Tag, hier ist der Guzoa wieder und es sollen mal wieder ein paar Angriffe gezeigt werden. Einfach Fabi haut wieder ein Queenwalk raus, mal schauen. Ich meine 4,3k, aber auch wieder zwei Bohrer, die komplett ratzebatzevoll sind. Das heißt, da wir erwarten uns jeweils 1200 im DE-Bereich. Mal schauen, was hier geht. Ja, ich sage mal, das sollte noch passen hier, weil da, genau, da wird die Queen dann nicht hingehen. Aber vollkommen richtig, dass du auch hier clearst, weil wenn die hier rausgehen sollte, könnte das schnell mal passieren. Dass sie dann doch nochmal ein bisschen rausspringt und das wollen wir natürlich nicht haben. Jetzt wird es natürlich echt schwer, in dem Bereich hier die Mauerbrecher zu droppen, dass sie wirklich da hinlaufen, weil das wird richtig geil. Das hätte ich, ganz ehrlich, das hätte ich nicht gedacht, dass die da so reinrennen. Ich hätte echt gedacht, okay, die werden hier gegen gehen. Da hast du richtig Glück gehabt mit dem Placement der Mauerbrecher. Einwandfrei. So, jetzt hast du keine Truppen mehr und musst dich jetzt komplett natürlich auf die Queen verlassen. Ganz klare Sache. Aber was soll da schief gehen? Das sollte laufen. Einwandfrei, dass die gleich auf die Luftabwehr geht. Jetzt hier X-Bow noch und dann sogar noch das Dunkle, denke ich, das sollte ganz easy laufen. Okay, dann erst das Dunkle. Kein Thema. Sind wir nicht so. Das ist egal, ob das oder das. Wir nehmen alles. Kein Thema, Hauptsache dunkel. Perfekt. Richtig gut gemacht. Sonst vom Loot her ist ja vollkommen Banane. Aber 3,3k. Perfekt. Einwandfreie Kiste. Und damit kommt man einfach weiter. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Und dann natürlich, dann ist natürlich richtig, richtig hart, wenn man halt wirklich nur die paar Bogeys dabei hat. Das ist richtig Pipi in den Augen. Das tut richtig weh. Auf jeden Fall. 805.000 LX. Alter Verwalter. Ich glaube, du hast dich ein bisschen geärgert. Aber ich hatte es ja auch. Ich habe das ja mal bei Instagram gepostet. Guzoa-YouTube. Da bin ich bei Instagram zu finden. Und da hatte ich das ja auch mit meinem zweiten Account. Einfach mal etwas über eine Million. Nur an Gold. Nur an Gold. Da dachte ich auch, alter Verwalter. Und dann nur so eine totalen Lappentruppen. Richtig schön, dachte ich. Ja, das ist echt ärgerlich. Hier einfach mal 724k einfach mal dazulassen. Auf jeden Fall richtig, richtig hart. Dann wollen wir lieber hier King Liren sehen. Mit seinen 10 Drachen. Ganz genau. Richtig gemacht. Und jetzt. Genau. Ich werde auch jetzt mit den Drachen, wäre ich jetzt von oben gekommen. Weil knallhart einfach nochmal die Luftabwehr wegsebeln. Wenn wir die schon weg haben. Aber wir werden sehen, wie du dich entscheidest. Und ich zoome dann wieder schön rein. Ah, okay. Du bist von dort aus gekommen. Aber hast auf jeden Fall schon mal nicht den Fehler gemacht, jetzt von hier zu kommen. Teilen sich auch ganz gut auf. Aber man sieht halt wirklich. Ich sehe halt wirklich diesen krassen Unterschied. Wenn ich halt eben noch die Rage Spells habe. Und dann die wegknalle. Das ist schon echt ein Unterschied. Und. Kleinen Moment nochmal. Gesetzt jetzt den Fall. Wir gucken jetzt gleich mal, wie es weitergeht. Aber gesetzt den Fall. Du wärst vielleicht gar nicht in die Nähe von dieser Luftabwehr gekommen. Dann wäre es ja echt schade, dass du dafür die Spells verballert hast. Aber gucken wir mal. Also das DE kriegst du auf jeden Fall auch. Und ich denke auch, du kommst auch in den Goldbereich. Aber wie gesagt, mit dem Rage wärst du dann natürlich nochmal um einiges flotter umhergezogen. Auf jeden Fall. Das ist wirklich so eine Überlegung wert, meiner Meinung nach. Teste das einfach mal durch. Vielleicht kommst du damit ganz gut hin. Aber wenn wir die Zeit sehen, scheint da noch einiges zu gehen. Hier im unteren Bereich nur noch Bogitum und Magiatum, der überhaupt ein bisschen gefährlich werden kann. Aber ich würde denken, die Luftabwehr zerschmettert dir auf jeden Fall beide Drachen hier oben noch. Die werden definitiv down gehen. Na okay, du hast aber immerhin noch vier Stück. Drei. Aber hier sieht man es wirklich. Ey, bevor man echt das Alex irgendwie verschenkt und drinnen liegen lässt und man sitzt dann da irgendwie mit fünf Millionen. Warum? Nutzt das Alex aus, macht was Schönes draus, baut ein paar Drachen. Fertig aus. Also einwandfrei. Dafür kann man, vielleicht dachten wir auch, oh, was machst du mit dem Alex? Was kannst du damit machen? Und einwandfrei verwendet. So muss das sein. Man kriegt richtig was für und gut ist. Ah, 890k Barge. Zumal wir sogar noch eine 28er Queen dabei haben. Es ist ja dann nicht nur Barge. Und ich meine 890k, mal gucken. Wegschneiden kann ich es immer noch. Draußen halt klar, schön gebatscht. Ich bin auf die Queen gespannt. Ich bin echt auf die Queen gespannt, was da geht. Weil bei einer 28er, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als bei mir. Ja genau. Und das ist halt eben auch das, was ich sagen muss, was ich auch so genial finde. Wirklich, wenn die Helden nochmal in einer perfekten Symbiose mit den eigenen Truppen halt am Arbeiten sind. Was ich eben auch selber bei dem King bei mir gemerkt habe. Zu der Zeit, wo ich dann hier, jetzt ist ja die Queen hier wieder dabei, die letzten Angriffe. Aber wenn ich halt wirklich gesehen habe, hier schön den King mit reingenommen. Der hat sich richtig schön in diese Gesamtsituation eingefügt. Das war richtig, richtig cool. Try hard. Oh yeah. Oh yeah. Geiles Ding auf jeden Fall. So, hier schon mal die ersten 1,3k. Was wollen wir mehr? Und wir haben noch jede Menge Kubis. Und die wurden nicht einfach nur so gedroppt, sondern der jützte Tryhard wusste auch, was er macht. Jetzt sagt er sich, gut, okay, komm, wir gehen da rein. Wir wollen auf jeden Fall das DLX. Und dann wird er garantiert auch in dem Bereich hier nochmal das DLX ziehen wollen. Würde ich jetzt mal tippen. Und das würde ich sogar noch in Verbindung mit dem King machen. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall schon mal 2,7k. Kurze Verschnaufpause. Ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, das würde ich auch nicht so liegen lassen. Mal schauen. Bin ich echt gespannt? So, schön abgelenkt. Genau. Snacken wir uns. Genau, richtig. Muss ich auch sagen. Dafür war einfach von der Menge her da echt zu viel da. Genau, genau. King, so wie ich es gesagt habe. King dort oben gedroppt. Dann dafür gesorgt, dass hier die Dev auf sich. Genau, schön rein da. Ganz genau. Dass der Bohrer noch fällt. Vielleicht sogar noch das Lager. Aber das wird, glaube ich, nichts. Aber immerhin. Wir hatten hier keine Fläche, nur hier jetzt der Minenwerfer. Ja, okay, jetzt gehen sie down. Das halten sie nicht aus. Das klappt nicht, klar. Das ist dann so. Wenn man denkt die ganze Zeit, oh, die sind unsterblich. Die kann nichts aufhalten. Und dann kommt ein Hit vom Minenwerfer, boom. Oder vom Magier-Turm. Aber auf jeden Fall 4k. Richtig schön. Mit richtig wenig kostenden Truppen. Einwandfrei. So. Noch ein Queen Walk. Genau. So hätte ich die auch gedroppt. Wirklich Queen zuerst. Heiler hinterher. Wir sind eventuell 1, 2 noch aufheben. Falls was nicht in Ordnung geht. Aber hier haben wir eine im Bau und Luftabwehr. Einwandfrei. Sehr gut gemacht. Schade, dass hier der Minenwerfer die Mauerbrecher noch gekillt hat. Aber ansonsten hier. Einwandfrei. Passt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier exakt richtig gemacht. Gut gemacht. Im richtigen Moment gekleert. Und genau hier auch noch. Und du siehst es gerade. Ganz genau. Das wäre dir zum Verhängnis geworden. Exakt. Richtig gut gemacht. So. Jetzt. Geht die schon in dem Bereich. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn die Bogies hier noch schön die Tesla klar machen. Ah, das schaffen sie nicht mehr. Das ist also jetzt noch eine schwierige Nummer. Weil das könnte sein, dass deswegen noch rausrennt. Alter, da hast du echt ein bisschen Schwein. Weil wäre die rausgegangen, hätte sie dann den Magiaturm und so weiter und so fort. Das ganze Paket draußen. Aber da hast du echt ein bisschen sehr viel Schwein gehabt. Muss man jetzt echt mal sagen. Hast du das verdient? Und ihr seht es wieder. Wie gesagt, eine 10er Queen. Keine 24er Queen. Also das ist alles machbar. Und jetzt schön das Dunkle. Oh, ich finde das geil, dass ihr das auch so gut abzieht. Finde ich richtig nice. Das ist einfach Übung pur. Und dann ist das wirklich, wenn wir jetzt danach die Aufstellung sehen, wie viel es halt wirklich gekostet hat. So viel ist es halt nicht. Klar kostet die Mauerbrecher Kohle. Klar kosten die Heiler Geld. Und es dauert auch ein bisschen, das auszubilden. Logisch. Aber dafür hat man es auch so. Ich habe es bei meinem Bruder gesehen. Innerhalb von 15 Minuten drei Angriffe. Wartet kleinen Moment. Ich gucke mal gerade nochmal kurz. Ich will nichts Falsches sagen. Da ist mein Bruder. So. Und zwar. Innerhalb von etwas über 10 Minuten drei Angriffe. 2K, 500, also 0,5K und nochmal 1,3K Dunkles. Der Rest auch richtig nice. 500K, 700K, 900, fast 1,2 Millionen an Ressourcen. Und dann halt eben nochmal on top halt, wie gesagt, 2, 3, fast 4K DLX mit Queen Walk. Wo ich sage, echt, Alter, das läuft. Das läuft. Und das kann man halt wirklich machen, wenn man wirklich sagt, okay, ich spam halt nicht mit den Heilern so rum, sondern ich weiß exakt, was die können und dann passt das. Dann kann man da richtig gut. Aber wie gesagt, ich spam auch lieber und gehe da kein Risiko ein. King und Queen Walk. Und auch guten Loot. Hier ist natürlich immer so eine Schwierigkeit. Man kann natürlich dann relativ schnell, wenn man die ganz, ganz weit außen droppt, dass die Heiler vor der Queen sind. Und dann kann es schnell mal Schwierigkeiten geben, weil wenn natürlich dann ein Dev-Gebäude schon mal eine Sache anvisiert hat, wird es natürlich schwierig. Dann gehen sie nicht gleich auf die Queen, sondern schnell mal auf die Heiler. Aber du hast hier, wie gesagt, auch Vorteil noch mehrere Heiler dagelassen. Einmal frei. Und dann hast du sozusagen einen doppelten Walk. Einmal King und einmal Queen Walk. Mal schauen. Genau. Hier hast du den. Und der ist immerhin schon auf 7. Und das hatte ich, wie gesagt, auch schon, dass ich dann wirklich mit beiden komplett schön durch die Base gewatschelt bin, hatte ich heute erst. Und das lief richtig Zucker. Also das war richtig, richtig cool. Na, die wird hier gleich down gehen, wenn hier der, genau, wenn der Heiler platt ist. Dann die Einser-Queen, die geht dann schnell down. Das ist klar. Das ist Wunschvorstellung, wenn man jetzt sagt, Alter, ist der ewig weit einmal durch die gesamte Base gesprungen, um die Queen kaputt zu kriegen. Das ist ja richtig übel. So, und jetzt noch schönes Dunkle. Genau. War nicht die Menge, aber immerhin. Ja, läuft doch. Ich hätte sonst gesagt, hier wird es schwieriger, aber hier ist es easy. Also, wie du gemacht hast, von hier aus rein und dann sogar Luftfeger wieder in eine falsche Richtung gestellt. Also, klar, der hier kann dich dann langsam wegpusten, aber eh du da bist, einwandfrei passt. Ich zoome mal wieder ein bisschen dichter ran, weil es geht hier ja wirklich um den Queenwalk. Und dann passt das hier. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ich will euch ja damit nicht zu sehr langweilen hier. Nee, aber der sollte hier auch ganz safe laufen. Das ist gar kein Thema. Hier, jetzt geht's rein, ganz klar. Da ist dann einfach wirklich zu weit von der Distanz hier. Passt. Du hast den King noch. Den würde ich, wie gesagt, auch nicht in dem Bereich jetzt hier droppen. Lieber, achso, okay, Allaheila hast du gesetzt, okay. Dann hat man den King noch wirklich als Methode, wenn man jetzt sagen kann, gut, okay, pass auf, jetzt wird es hier richtig, richtig eng, weil mir hier meine Queen fast down geht. Dann kann ich eben den King noch rausschubsen und sagen, gut, okay, komm, du nimmst bitte noch ein bisschen Death auf dich und dann passt das. Knappe Kiste, würde ich sagen, wa? Aber auf dem Rückweg, dann nimmst du das Dunkle mit, würde ich sagen. Jetzt sollte das Dunkle kommen. Genau da ist es einwandfrei perfekt gemacht. Und dann zwar nicht mehr die 50%, aber wen interessiert es? 2,4K hat man mal direkt in der Tasche. So, nochmal von The King. Na, der war jetzt, das war jetzt vom Loot her nicht, also der Loot natürlich vollkommen in Ordnung. Gucken wir mal, machen wir mal ein bisschen schneller. Aber im Dunklen war da ja nicht so viel. Hier würde ich auch noch sagen, auch noch 2, 3 Heiler, weil, dass der halt wirklich noch die beiden Elixiersammler hier noch wegkriegt. Und danach halt noch außen lang gehen kann. Ich würde ihn jetzt mittlerweile echt nicht mehr sterben lassen. Muss ich wirklich sagen, da habe ich auf den Graph gehört. Dass man wirklich guckt, geht da noch was klar. Wenn ich natürlich merke, okay, nebenbei würde mir sonst die Queen total hops gehen, klar. Dann muss man natürlich schauen. Jetzt kommt gleich der King, ganz klar. Und der haut gut, ha, schade, dass die Bereiche direkt übereinander liegen. Ärgerlich. Da hast du aber auch echt Eier bewiesen, die Queen, dass du das so easy weggesteckt hast und gesagt hast, gut, okay, komm, das hält dich schon durch, wäre ich nicht so, also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger gewesen. Wenn ich mir überlege, wirklich vor 2, 3 Monaten oder sowas, da hätte keiner, da war einer mal, der auch einen Queenwalk gemacht hat und jetzt geht das hier so los. Krass, finde ich echt cool. So ein geiler Loot. Ja, auf jeden Fall. Ah, eine gute Taktik auch. Oh yeah. Schön reingegangen, gleich von 2 Seiten. Da weiß die Base gar nicht, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen. Und richtig übel aufgesprengt. Bloß, ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich, ich stelle mich bei dieser Taktik total doof an. Wirklich, muss ich einfach gestehen, Leute, das geht bei mir so in die Hose immer. Und ich kann nicht mit Riesen. Ist halt einfach so. Also ich bewundere die Leute, die es können und die, die es können, die liefern auch richtig übel damit ab. Ganz klare Geschichte. Also man braucht jetzt nicht sagen, ach naja, komm, hier Riesen, das ist ja Pille Palle und sowas. Wenn man das richtig gut kann, in Verbindung mit den Mauerbrechern, in Verbindung mit den Helden, ist das wirklich schon eine richtig, richtig gute Truppe und man kann wirklich Base-technisch richtig was platt machen. Hier, ihr seht selber, richtig krasses Zeug. Richtig, richtig verdient leer gemacht, die Base, auf jeden Fall. Hier, schön. Aber man muss auch natürlich sagen, ich meine, wir reden auch von Maxed-Troops. Also, ich sag mal, auch die 7er-Bogies, die knallen dann nochmal ein Stückchen mehr rein. Das haut schon echt übel durch. Richtig gutes Ding gewesen. Schön von zwei Seiten von unten gekommen. Einwandfrei. Noch ein Queenwalk. Na, guck mal, in der Schau. Das wird hier jetzt, ich muss ja wirklich was sagen, da wird ja schon langsam langweilig. Hier, schön, schön, schön die CB bearbeitet. Einwandfrei. Aber auch richtig schön durchgegangen. Einwandfrei. Also, wie gesagt, ich muss echt sagen, ihr lernt das sehr gut. Und könnt das echt sehr, sehr gut umsetzen. Jetzt, jetzt wird es hier tricky, wegen dieser Luftabwehr. Gut gemacht, dass sich die Queen nochmal gedreht hat. Gutes Spielchen, auf jeden Fall. Sehr geil. Und jetzt sogar noch die Lager wegnaschen. Ah, sehr lecker. Richtig schön. Das hat man nämlich dann nochmal on top, wenn man in der Mitte schon ist. Weil, klar, das DLX ist meistens komplett in der Mitte. Und dann eben das andere noch außen so ein bisschen drumherum. Und dann sogar noch den Rest vom Loot mitnehmen. Einwandfrei. Den seht ihr im nächsten Video. Knallhart. Ich wünsche euch was. Und ihr haut rein. Weil sonst werde ich wirklich von der Zeit her einfach wirklich zu, zu, zu lange. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.